Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ich mich geschminkt habe. Während ich mich schminke, werde ich nicht reden. Ich kann sowieso nicht mehr reden. Und da wird einfach die Musik laufen. Alle Produkte, die ich benutze, stehen in meiner Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und die Gewinnerin wird am Ende des Videos bekannt gegeben. Also bleibt dran! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.